Über 60 Jahre Buchhandlung Mackensen am Laurentiusplatz. Schwerpunkte unter anderem Recht, Wirtschaft, Steuer. Des Weiteren schöngeistige Literatur und Leseförderung in Kooperation mit der Stadtbibliothek. Regelmäßig finden aktuelle Themenveranstaltungen, zum Beispiel Unterhaltsrecht, Limited und GmbH statt. Einen breiten Raum nimmt unser Online-Service einschließlich dem Newsletter ein. Stöbern auch Sie in aller Ruhe bei einem Tessin Café in der Buchhandlung Mackensen. Telefon